Das hat Lena gelohnt. Ich hab's genau gesehen. Das stimmt ja gar nicht. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Hör doch auf. Was soll denn das? Ich hab das Geld nicht geklaut. Ja, ist ja gut. Ja, Max. Ich geb dir doch immer alles. Wenn du was haben willst, brauchst du mich doch bloß zu fragen. Aber das ist doch voll unfair. Überhaupt einen stressigen Tag und einfach keinen Bock auf solch bescheuertes Streitereien. Ja, was gibt's denn? Was? Die haben immer noch nicht geliefert. Menschens Kind, ihr seid doch wie kleine Kinder. Menschens Kind, ihr seid doch nicht.